Guten Abend, gleich in dem ProSieben Nachrichten. Gewissheit im Fall Fischmann, der entführte Unternehmer ist tot. Spannungen im Minsk, droht den Weißrussen eine Diktatur und Neues aus der Genforschung. Hoffnung im Kampf gegen Hautkrebs. Dies und mehr um halb acht in dem ProSieben Nachrichten. Ich hoffe wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020